Hey, ich bin Niklas und ich bin Aufbauhelfer bei UCM. Als Aufbauhelfer haben wir die Aufgabe, Bühnen aufzubauen. Die geilsten Konzerte waren U2 und Deepish Mode. Das waren mit Abstand die krassesten Momente bei UCM, weil wir standen hinter der Bühne, hatten die Möglichkeit, das Konzert live zu hören vor 70.000 Menschen, die alle mitsingen. Wenn du bei coolen Events arbeiten willst, dann solltest du bei UCM anfangen.